Julias Sohn Torben fährt im Rahmen eines Schüleraustausches bald nach Rumänien. Weil dort Bären in freier Wildbahn leben, fragt sie sich, ob sie sich nun um ihn sorgen muss. Ein paar Tage später liest Julia in der Zeitung von der Verbreitung der Wölfe, Bären und Luchse. Und dass sie teilweise in ihre angestammten Lebensräume in Europa zurückkehren. Das betrifft auch Deutschland, denn hier leben wieder vermehrt Wölfe. Sein Schulweg in Deutschland führt Torben durch den angrenzenden Wald. Lauern hier nun Gefahren auf ihn? Auf der Suche nach Antworten informiert sich Julia zunächst über die Situation der sogenannten Beutegreifer, bevor sie Torben aufklärt. Um die genetische Vielfalt zu sichern, sind diese wandernden Tierarten laut der Berner Konvention über die Ländergrenzen hinaus geschützt. Durch ein sogenanntes Monitoring System wird die Bestandsentwicklung dieser Wildtiere in Europa streng kontrolliert und beobachtet. Auf diese Weise können auffällige Tiere schnell erkannt und geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Scheu vor dem Menschen wiederherzustellen. Doch Beutegreifer sind generell nicht aggressiv oder gefährlich. Solange sie sich nicht an die Menschen gewöhnen oder von ihnen bedrängt werden, verhalten sie sich eher unauffällig, besonders der Luchs. Deswegen gibt Julia Torben einige Verhaltensregeln mit auf den Weg, für die Reise nach Rumänien und auch für seinen Schulweg durch den Wald. Er sollte den Beutegreifern und vor allem den Jungtieren nicht zu nah kommen. Auch darf er sie nicht füttern und keine Lebensmittel im Wald liegen lassen. Torben verspricht sich daran zu halten und so ist das Risiko eines Übergriffs sehr gering. Ungeschützte Weidetiere sind für Wölfe, Bären und Luchse dagegen leichte Beute. Das weiß auch Schäfer Frank, den Julia und Torben auf einem Waldspaziergang treffen. Deswegen schützt er seine Tiere, zum Beispiel durch Zäune und Hunde. Diese Schutzmaßnahmen bedeuten für ihn aber einen erhöhten zeitlichen und finanziellen Aufwand. Nach einer angeregten Diskussion werden die drei sich allerdings schnell einig. Die Wiederkehr der Beutegreifer ist wichtig für unser Ökosystem. Doch auch wenn sich die Bestände von wild lebenden Beutegreifern erholen, stehen sie in vielen Ländern Europas weiterhin auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. Schäfer Frank ist vor allem die Zusammenarbeit mit den Ländern wichtig, in denen das Zusammenleben zwischen Beutegreifern und Menschen alltäglich ist, zum Beispiel in Rumänien. Aus deren Erfahrungsschatz können wir sehr viel lernen, findet er. Denn um in Zukunft auch in dicht besiedelten Ländern mit Beutegreifern zu leben, müssen für alle betroffenen Gruppen Lösungen gefunden werden, die die Gesellschaft tragen kann. Nur so können wir unsere Lebensräume zukünftig konfliktarm mit den Beutegreifern teilen und unseren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. Torben versteht nun, dass wir Menschen diese Verantwortung tragen. Gut informiert, sorgenfrei und trotzdem aufmerksam macht er sich auf den Weg in die Schule. Er freut sich schon darauf, in nächster Zeit noch sehr viel mehr über Perspektiven des Zusammenlebens mit Wölfen, Bären und Luchsen zu lernen. Aber vor allem freut er sich auf seinen Schüleraustausch nach Rumänien. ok wird und